So, Hallöchen. Ich hatte kurz Angst, dass ich auf den Stream-Button gedrückt habe und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass ihr zu ganz unterschiedlichen Zeiten das Video guckt. Ich habe nämlich geguckt und die Kommentare waren wild. Ganz wild. Aber die meisten nachmittags. Jetzt kommen wir hin. Ja, Entschuldigung. Übrigens, ich spiele mit Johnny wie eigentlich immer. Der spielt Anivia. Ich spiele Ash. Wir dachten, wir probieren das mal. Wir haben jetzt allerdings fiese Gegner bekommen. Die haben irgendwie ganz schön viel Range. So war das nicht gedacht. Aber vertrau mir, das wird. Ich vertraue dir zu 100 Prozent, wie immer. Du stellst dich einfach hier hin. Guck mal. Hier hin? Ja. Super, okay. Ja. Wenn die hier langlaufen, wartest du, bis mein Q fliegt. Ja. Und dann stunzt du sie oder beziehungsweise ja, dann kann ich meinen W machen. Richtig? Klasse, klasse. Meinst du, die kommen? Ich glaube nicht, dass sie kommen. Aber hier stehen wir ja safe an. Du kannst von hier den W reindonnern. Okay. Sehr gut. Wie läuft es bei dir eigentlich gerade in deiner League-Karriere? Dein letztes Projekt war ja das Jungle-Projekt. Neue Projekte, die anstehen? Ja, das war ein Master-Gewitzel. Das war sehr glücklich. Ich habe jetzt kein Projekt, weil ich halt jetzt mehrere verschiedene Champions üben muss. Ja, oh. Punkt. Du bist, glaube ich, tot. Ne. Du musst auf Katelyn gehen, ne? Ja, ich muss da erstmal raus. Also, du hast es sehr gut gemacht. Ich habe nicht Katelyn gefokust. Das war nicht so smart. Ich würde nochmal eine Ruhiwolle nehmen. Ich habe 1,8. Also 1,1,8. 1.100. Ich würde gerne auf die 300 warten. Dann ich dachte, ich könnte sie interrupten. Ja, das war my bad. I'm sorry. Ne, das ist doch super gut hier. Mach die doch nicht kleiner als du bist. Wir gehen jetzt auch noch. Wir diven. Wir diven? Achtung, wir diven nicht. Wir gehen. Wir wollen nicht diven. Wir turnen auf die Kate, okay? Ja, wenn sie kommt. Ich würde sagen, du frisst das mal alles. Okay, du frisst das nicht. Ich habe dich verkauft. Ich? Das ist super. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich damals was anderes erwartet habe. Ich würde sagen, du frisst das alles. Ich dachte, jetzt war es noch Eck ab, ne? Aber wer ahnt denn, dass sie Q flasht oder flash queued? Frech war das. Macht sie kaputt, dann kriege ich noch ein Assist. Super. At least ein Assist. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man diesen Wave-State nennt, der da ist. Das ist der so Halb-Halb-State oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, ich glaube, es wird ein Free. Nevermind. Der blöde Minion ist nicht im Turret-Range. Oh, oh, das wird ein Kill. Das ist ein Kill. Das war überraschend. Aber das sieht sehr gut aus. Ich fand auch deine Reaktion gut. Du musst dich da gar nicht so klein machen. Einfach hinterher flaschen und in die Fresse schießen. Ja, der Kill war halt schon safe. Den hattest du halt schon, weißt du? Ah, das war ja unnötig. Gold ist ja auch besser auf dir. Du bist über 20 zuerst vorne, gegen eine Caitlyn. Ja, weil die, also du machst es gut. Nee, 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 weil du gut bist. Was ist denn heute mit dir los? Wir diven die, ne? Wir diven die? Okay, ich habe gerade aber keinen Weg. Ich bin ein bisschen langsamer als du. Fantastisch. Ich bin der Support. Nee, nee, nee. Ich meine, ich generiere ja Gold durch Minions. Ich versuche mir das einfach mal schön zu reden. Eben. Ich habe eigentlich einen Soulstealer deswegen. Ja, mit Soulstealer ist alles. Regel Nummer eins, wenn man mit Johnny spielt, solange der Soulstealer gefeedet ist, ist alles gut. 5-0 stehst du. Äh, ich stehe 5-0, ja. Du Ekel. Jetzt musste ich mal kurz spampen. Ja, ja. Hast du einen Arrow? Ja. Oh, was für ein Godlike-Arrow war das denn? So, und jetzt schön runterrennen, ne? Jetzt sehe ich den Q, zack. Hab sie. Hab sie. Ja, ich dachte, ich bin mal die AD-Variante. Welkos ist wieder da? Juhu. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er weg ist. Ich hab's auch nicht so richtig mitbekommen. Aber er scheint schon Wallchen weg zu sein, weil er Level 8 ist. Aber ist kein Problem. Wir haben ja dich mit 16 Stacks. Ja, aber das sieht halt so aus, als müssten wir hier Botline noch ein bisschen aggressiver spielen. Ja, ich will nur kurz auf dich warten. Ja, ja, ja. Also. Sechs Sekunden hab ich wieder Ulti. Oh, klaus. Äh, ich wolle die mal. Super duper. Doch, äh, ich will mich auch. Ja, danke, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich versuch, bin da einen Weh rein zu hauen. Oh, oh, oh. Was machst du denn da? Jetzt aber. Oh. Oh, ne, ich bin's. Oh, da kann ich jetzt aber auch nicht mehr helfen. Ne, das war, das war ich. Tut mir leid, tut mir leid. Ich mein, du hast ja keinen Heal ab, ne? Den hatte ich ab, aber das hätte nichts geholfen. Du warst da sowieso Stunt for Years. Jetzt pingst du ja meinen Healabag und schon bin ich dran, ne? Ja, Polizei Berlin. Ich habe eine Strafanzeige gestellt wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja. Ja, vollkommen richtig. Ja, die Adresse lasse ich nicht. Ich wohne noch in Bayern. Denkst du, das hält die Polizei Berlin ab? Ich hoffe. Das war jetzt eigentlich so mein, ne? Das weiß ich nicht. Ist eigentlich gerade ein Game, das du nebenbei spielst, außer League? Oder spielst du? TFT. Ja, aber das ist ja auch Riot Games. Äh, ich planiert tatsächlich, aber selbst die TFT muss ich gerade eigentlich so ein bisschen einstellen. Oh, shit. Mir geht's gut. Ne, du Autoteckst ja einfach tot, ne? Ja, ich bleib einfach stehen, ich move mich nicht, bewege mich nicht und ich hab zu früh geheilt. Ja, es sieht sich ein bisschen so aus, das müssen wir Angst haben. Mhm. Irgendwie sehr penetrant, diese Morgana. Oh ja, oh, was machst du denn da Schönes? Das ist aber lecker, Schaden, du. Ich hab dir gekehlt. Finde ich, hat die Sonja's? Stopwatch? Ich glaub, sie hat sich gestopwatcht. Ja, wahrscheinlich, oder? Muss sie ja fast. Also, Kaylin hat gehealt, aber der Vai Ignite ja schon drauf. Aha. Spektakulär. Vai ist hinterher unter mir. Ich hab die Vai gehört. Ai, 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 ai. Oh mein Gott. Oh, oh. Vai hat, was macht sie da? Schreibt wieder mal, shit. Pass dir mal, Kay. Oh, okay. Oh, du bist ein Ei. Du bist ein süßes Ei. Hübsches Ei. Oh, 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 oh. Kannst du ihnen Angst machen? Du machst ihnen klasse Angst. Fuck, ich bin tot. Ich bin so tot. Danke, dass du dich für mich geoppt hast. Ja, das war dumm von mir, aber ist okay. Du hast die Majors Decks. Eben. Alles für die Decks. Da kann ich auch mal was tun, du hast recht. So, den nächsten Drag noch und dann geht's aber ab, du. Oh, komm mal hier. Oh, ich bin da. Den hab ich. Schön. Ich würde noch gewartet, bis ihr mir mein halbes Gesicht weggefrägt habt. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Nee, glaub ich nicht. Aber farmst du da unten schön die BotWave? Ich hab ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ihr alle... Nee, du immer, das ist genau richtig. Jetzt auch noch schön recoil, nicht den Tor mit. Ja, die kommen sonst so schnell zu mir. Ja, ich auswähle mich 1600 Gold. 1600 Gold. Du hast recht, ich hätte den Turret pushen müssen. Nee, nee, nee. Wie viel Salz können sie in ihrer Stimme liegen? Ja. Ja, ich bin da. Guck. Und wie ich da bin. Perfekt. Das ist ja eine super Ulti. Mensch, guck. 1a. Ja, siehste. Kaum selber kopiert. Zack, boom. Zack, boom, peng. Haben wir. Oh, die ist leider ein bisschen schnell. Aber... Ich tu mal so, als ob meine Vision auch gefährlich wäre. Ah, die Vision von der Seite? Ja, das ist nicht mein Problem. Oh, es wird... Ich glaube, es ist tatsächlich dein Problem. Du machst das sehr gut. Ich würde sagen, ihr auch. Aber irgendwie passiert hier nichts. Hey, hey, hey. Wir kommen, wir kommen. Guck, da sind wir. Wir holen dich hier wieder raus. Danke. Ich hol' dich da raus. Ich glaub' an dich, so wie du an mich glaubst. Ich bin die Montana. Ich bin die Montana. Nichts. Ups. Was macht denn unsere Yves da? Ultips baiten? Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und Bordline wird auch noch gepusht. Ein Highlight. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du lebst doch noch. Also nicht mehr lange, aber noch. Hallo? Wie fühlst du aus mit so einem Ash Arrow? Hast du keine Lust? Ja, jetzt schon. Man muss das schon ein bisschen timen. Man kann ihn nicht einfach so wasten. Der hat mich da in die Falle gesetzt. Wie ein Großer. Aha. Müssen wir chasen, ne? Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. Ja. God bless. Ich bin aus irgendwelchen Gründen nicht im Weh. Ich hab' leider ... Das Überlebenshop ist frech, ne? Ich find's gut. Wir haben so überhaupt gar keine Mini-Nove. Die ist einfach da hinten. Egal. Na gut. Musst du mal wieder einsinnig. Ich bin doch nur ein ADC. Ich muss sagen, der Lucian hat gar nicht so schlecht gefarmt. Dem geht's ganz gut. Farmtechnisch. Das ist richtig richtig, ja. Es geht natürlich noch besser, aber ist ganz okay. Ist ganz gut. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh, ich bin tot. Ey, ich bin so. Ja, ja, ja. Ja. Da hab ich immer viele Chancen. Da hat heute mal jemand was zu mir gesagt. Es war sowas wie, sei nicht so streng zu dir selbst. Oh. Ähm. Was war das denn? Ja, das war gut. So ein Ash Arrow irgendwie? Ne, ich wurde gerade von Lucian gekillt. Ich bin tot. Ziemlich sehr tot sogar. Nein! Get a minion, schießt! Aber guck mal, was unser Team macht. Ja, aber ich will doch Spaß haben, nicht unser Team. Es ist aber auch schön, wie ich in dieser Folge wieder die Wendung bekommen hab, ne? Ja, natürlich. Am Anfang war so voll der Motivator. Ja. Es war auch einfach Suspekt. Es war komisch. Und seitdem hat sich unsere Beziehung maßgeblich geändert. Ja. Eigentlich war es die unterlassene Hilfeleistung mit dem Team, glaub ich. Ich glaub, die hat mich gebrochen. Aber du hättest doch eh nicht überlebt. Ja, aber es geht doch ... Oh, okay. Stell dir vor, jemand hat ein Motorrad im Fall. Ja. Liegt richtig zerflattert auf der Straße. Ja. Du gehst hin und sagst, hören Sie mal, ich würde jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung machen, aber ich glaub, sie sterben eh an den Folgen. Dann ist das ... Was ist ... ... trotzdem unterlassene Hilfeleistung. Nur weil du die ... Oh, äh, hast du einen Arrow? Hätt ich. Schieß dir ins Gesicht. Schieß dir ins Gesicht. Okay. Hui. Oh, was ist das denn? Warum lebt denn der noch? Ehrlich gesagt, frag ich mich das auch. Komm, hier, schieß mal der Kette ins Gesicht. Einfach mit dem Weg. Da ist so ein Shen im Weg. Oh! So viel Spaß! Hier auf der Bot-Lane ist ein TP von ... I don't know. Das ist der Lucian, der dich da wieder reingestinkert hat. Der ist bei euch. Ja. Gibst du da raus einfach? Ja, nee. Nee. Ja, der Elder-Drag, wenn der nicht da ... also ... Nö. Ich glaube ... Ich glaube, wir verlieren das. Ich glaube, es ist schon vorbei. Ich hab hier oben ... Wie gesagt, ich glaube, wir verlieren das. Wir sind gerade dabei zu verlieren. Die haben halt nen Elder-Buff, ne? Oh Gott, du ... Oh Gott, du ... Oh, oh, oh ... Schön, schön. Da hast du das, Sonja's gebaitet. Wie lange haben die den Elder doch gleich noch? Hm. Ja, ein bisschen noch, ne? Ein Viertel noch. Oh, das ist ja OP. Du darfst den Elder-Buff doppelt genießen. Das ist ja OP. Ja. Ich hab kurz gedacht, nice, er liegt in der Basis. Hab dann festgestellt, die Range ... Die ist es nicht. Ja, ich würd sagen ... Hey, Morgana. Grüße gehen raus. Du und deine Kack-Qs da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, aus welchem Strafgesetzbuch ihr glaubt, dass dieses Gesetz ist, mit dem ich tatsächlich in der Lage bin, Therese zu verknacken. Ansonsten aktiviert euch die Glocke und versucht ansonsten einfach mal ein Abo reinzuhauen hier, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.